Willkommen zurück. Ja komm, los gehts. Komm weg. Oh. Das war Refante. Das ist J250. Geld. Das war eine. Ein Mann. Na. 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 Nein Weg Tschüss Das war fantastisch wieder ein kleiner Preis Ja Boah alter Oh Der ist raus Gott Ich hab so viel Energie verloren Das kann nicht wahr sein Naja ok Das war unlucky Naja ok Das war ein Wackerversuch beim nächsten Mal Was 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 Ey ne das lass ich nicht auf mir sitzen Ich mach noch einmal Süßigkeiten Geh mal wieder rein Nicht wahr sein Das war echt schlecht Naja Los gehts Was Bei Kleberbeller Was Bei Kleberbeller Was Bei Kleberbeller Bei Kleberbeller Bei Kleberbeller Weinen Was das ging auch schon mal besser immer zu sehr an einer stelle fest ja ja und der nächste jetzt das stück mit ananas kann ich irgendwas futtern zwischendurch kameh raus Das schaffe ich nicht. Okay. Dann machen wir jetzt halt weiter im Quest. Ich bin noch nicht OP genug. Das, was ich vorher habe, reicht das. Dann vermöbeln wir die draußen. Dann können wir noch ein bisschen leveln. Gut. Ich bin noch nicht. Blablabla. Ja. Weg. Ja komm. Tschüss. Ja, 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 ja. Ich knack nicht so viel rum. So, du gehst mir hier raus. Natürlich. Erfahrungspunkte. Ja, alle Bälle wieder auf die beherseite. Es gibt aber noch andere Autos. Ah. Ja. 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 Die ist weg. Energy Getränk. Hätte mal üben sollen. Das stimmt. Ah. Du hast doch diese Hefte. Komm. Er kipp dich einfach. Er kipp dich einfach. Ja. Läuft. Ja. Läuft. Das ist ein EP-Lieferant. Ich und dich. Ja. Ja. Eww. Eww. Eeg. Ah, da was genugte. Da 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 da. Ja, da 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 da. Michael, hast du keine Chance. Kommen sie. Jawoll. War fast gut. Jetzt warte ich noch kurz. Nur mich ausgelocken. Heck. Ah, okay. Ja, ja, ja. Von dir gibt es keine. Komm. Nimm das. Nimm das. Na komm. Der Kumpel ist raus. Ich bist alleine. Boah. Heck. Ich hab echt gut auf die Nase bekommen. Ah, das wird. Das wird. Einschaffen. Ah, komm. Gibt nichts mehr rum. Schaff ich. Ah. Hey. Hey. Jetzt wird's eng. Egal. Ich hab alle Mülle auf meiner Seite. Ich hab alle Mülle auf der Seite. Ich hab alle Mülle auf der Seite. Ja. Ich hab alle Mülle auf der Seite. 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 Äh. Du wirst. Was wirst du diese Runde tun? Fang. Fang. Werfen. Du hast gewonnen. Glaubst du. Unterwischen. Äh. Nein. Gut. Und die ganzen neuen Gebiete. Ich werd erst mal nach hier gehen. Weh! Nimm das. Jawoll. Ja, 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 ja. Oh, zu früh. Zu spät. Zu früh. Zu früh. Oh. Das war gut hier. Ich hab noch mal die Huts. Na, cool. süßigkeit noch mal reindrücken ja ich möchte mit dem spiel spielen einfach mit in die menge irgendwas trifft man immer ja wohl das ging schnell danke dir mein herr ist noch jung ok wie geht es hier klein bist du auf eine fahrt? ja wir müssen zum funkturm oh das ist das hier war eine weile lang kaputt ja funkturm genial komm ein ball habe ich ist ein apfel gefunden ja kommt was hier oben? nö ich geh mal jetzt hier rein hier ist noch ein ball gebrauchen hier oben ist ziemlich frisch ja ok touristen oh god jetzt frage ich nehme ich den offiziellen titel eines doji backtowers funkturm ist da oben im gipfel ok also müssen wir uns da bestimmt hinkampen hinkampen hier eure könne im springen und rollen verbessert warte ja ist klar ich darf oh ich bin im ball kann nicht wahr sein nur zwei welle jaa dodgeballbücher dann müssen wir noch im wald holen die fäder sehen gut aus boah boah hier oben ist ein arz und muss ich nicht das mal zurückreisen das ist mit dir nicht richtig das kann nicht wahr sein boah das kann doch nicht wahr sein schussball quälsaft ähm sooo mag er nicht mag er nicht liebt er hier sind noch mehr Bälle pinnen wie soll ich dir was los ja guck was an hier ist kalt angriffe bewärmen dich auf ok 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 ich bin aber gut schaden jawohl jawohl ok und wärmer in echt bälle ok aber ich möchte auch noch mitnehmen umbärsaft umbärsaft nehme ich mein main character müssen auffüllen ja 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 in den bergen fühlt sich stärker ich gar nicht mehr ich bin ich eigentlich nicht mehr beim kampf gleich mal gucken du denkst du heilt deine gp und 25% des schadens der gegnern zugeführt wurde ich möchte aber nicht runter ich möchte weiter kämpfen ich möchte einfach weiter kämpfen ich möchte einfach weiter kämpfen ich möchte jetzt hier weiter kämpfen da ist irgendwas komme ich nicht weiter also muss ich springen doch kommt schon ich habe alle bälle auf meiner seite ich bin zu blöd das war schon anders wild ich bin mir leid ich wusste nicht ich bin mir leid ich wusste nicht auf zu jammern gegenstände das sieht gut aus die sind noch fähig hier gegen euch alle kämpfen gegen euch alle kämpfen weg 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 nächster bitte ja level 40 sehr schön und dann springen oh oh okay 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 Boah, jetzt muss ich aus dem Team weggegeben. Weg. 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 Mal halbe Team weggefickt. Ich muss also rollen. Weg. 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 Jetzt brauche ich mir die Kiste. Wieder fahren mit dem Ring. Weg. Springen auf die andere Seite. Gucken wir das erst mal an. Okay. ok uuha ich nehme auf jeden fall mit äh kälte nö ok 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 3 Nimm erst mal das und muss er und den Ziehen jawoll Total unfair. Können wir gleich noch einen zweiten mitnehmen, ist gut. Was haben wir denn jetzt hier noch? Ist kalt, mein Angriff werden die aufwärmen, ja, oder auch nicht. Gib her, meins. Das ging gut, erstmal schön durchrasiert. Okay. ja komm ich will mit hinstellen dir zu eng so wie kommen wir zum turm so nicht ach ich sehe schon und noch ein kampf kein stärker zu sein ja komm weg gleich level 41 so ich dachte das ist eine kiste wie ah ich sehe schon die kiste die kiste die kiste die kiste die kiste weg das war knapp Machen die Limonaden irgendwas? Guck mal, schnell mal rein. Ey, unfair ist das nicht. Belebt, belebt. Okay, die beleben also. Das ist gut. Da ist ne Kiste, da ist ne Kiste. Nein, der Hard Rock. Okay, den Kappen wir noch und dann wenden wir die Folge. Okay. Okay. So, Chris. Weg. Weg. Na, krieg ich noch Level 41 zusammen? Ne, nicht ganz. Okay. Ich würd sagen, wenn die Folge und wir sind das nächste Mal. Bis denn. Ciao. Ciao.